Wir sprechen heute über die Reputation von Unternehmen und den Einfluss auf den Aktienkurs. Denn schon Warren Buffett wusste, investiere nur in Unternehmen mit einer guten Reputation. Wie das funktioniert, das schauen wir uns gemeinsam an. Aber nicht alleine, denn ich habe eine Expertin dafür eingeladen. Also, legen wir los! Wir sprechen heute über Reputation und den Einfluss auf Aktienkurse. Und ich habe dafür einen Gast eingeladen, Eva Fasel von Prevalia, eine Finanzboutique hier aus Zürich. Eva, ich begrüße dich, schön, dass du heute bei uns bist. Herzlichen Dank. Wir sprechen über Reputation und ich möchte starten mit einem Zitat von Warren Buffett. Der Großmeister selbst hat nämlich ebenfalls ein Zitat und ebenfalls die Wichtigkeit von Reputation hier aufgeführt. Es geht darum, es braucht 20 Jahre, um eine Reputation aufzubauen, aber nur 5 Minuten, um sie wieder zu ruinieren. Ich glaube, das sagt schon ganz viel und das sagt vor allem ganz viel darüber, wie wichtig Reputation eines Unternehmens ist. Nicht nur für das Unternehmen selbst, sondern natürlich auch für den Aktienkurs. Jetzt im Vorfeld habe ich mir auch viel Gedanken dazu gemacht und bin immer wieder an den Punkt gestoßen, Reputation. Wie definiert man überhaupt Reputation? Ja, das ist eine super Frage. Also, es gibt keine größere Frage eigentlich in diesem Bereich, weil das haben sich natürlich schon ganz viele andere auch gefragt, wenn sie sich mit dem Thema beschäftigt haben. Ja, da bin ich also nicht alleine damit. Du bist nicht alleine. Ich bin froh. Und das betrifft natürlich nicht nur die Anleger und Anlegerinnen am Markt, die sich das fragen, sondern auch die ganze Forschung, die sich mit diesem Thema beschäftigt. Wir kümmern uns heute aber um die medienbasierte Reputation. Also, es gibt ganz viele Umfragetechniken, die dann auch versuchen, irgendwie aus Umfragen am Markt, im Unternehmen, aber auch extern, die Reputation zu berechnen. Aber unser Thema heute ist wirklich die medienbasierte Resonanz, dass man eigentlich die Berichterstattung in den Medien gewichtet und so eine Reputation des Unternehmens berechnet. Das macht natürlich auch Sinn, weil immer wenn neue Nachrichten in den Markt kommen, werden die ja auch vom Markt verarbeitet. Sollten die sich ja auch, zumindest mal, wenn der Markt effizient ist, sich auch irgendwann wieder im Aktienkurs widerspiegeln. Jetzt, du hast es richtig gesagt, Medienresonanz und Reputation. Wir hatten, wir haben es in der Vergangenheit ja auch schon oft erlebt, dass sich eine negative Reputation auch negativ auf den Aktienkurs entsprechend auswirkt. Und das liegt auch nahe, ich denke, das kann jeder nachvollziehen. Würdest du sagen, dass sich aber auch eine positive Reputation, also hat ein Unternehmen eine gute Reputation, sich langfristig auch positiv auf den Aktienkurs auswirken wird? Auf jeden Fall. Also Reputation ist ein vorlaufender Indikator, der eigentlich die Aktienperformance direkt beeinflusst. Natürlich ist der Aktienkurs von vielen Informationen getrieben, das wissen wir alle, aber Reputation ist ganz sicher eine davon. Und eine gute Reputation führt auch zu einer guten Aktienperformance und da gibt es ganz viele Studien, die das schon bewiesen haben. Du hast ja auch in dem Bereich geforscht und interessant ist, die Frage, die ich mir dann gestellt habe, wie kann ich das als Investor aber dann tatsächlich nutzen? Wenn ich jetzt sage, okay, als Privatanleger, ich möchte in Unternehmen investieren, die auch eine gute Reputation haben. Bewege ich mich da bei Google und suche nach, was gibt es für Nachrichten oder wie würdest du da vorgehen? Natürlich gibt es ein gewisses Gefühl, das man ja so hat, wenn man über gut reputierte Unternehmen spricht, dann wissen alle so, ah ja, das Image ist gut. Image ist zum Beispiel ein Teil der Reputation. Also man hat ein gewisses Gefühl, jeder hat dieses Gefühl, wenn man eine Unternehmung betrachtet, aber man möchte das natürlich irgendwie quantifizieren. Und gerade wenn es um Anlegen geht, dann ist es natürlich perfekt, wenn man irgendwo eine quantitative Grundlage hat, die auch sagt, ja, die Reputation dieses Unternehmens ist gut, sie ist steigend oder sie ist sinkend. Und diese Daten sind natürlich nicht freizugänglich und das ist eigentlich die Challenge für die Anleger und die Anlegerinnen am Markt, weil man kann diese Reputationsdaten nicht einfach über Google finden, sondern da gibt es ganz spezielle Datenanbieter, solche Provider und diese Daten sind dann auch sehr teuer, weil sie natürlich auch mit einem großen Aufwand generiert werden. Absolut, aber ihr habt jetzt eine Lösung geschaffen für Anleger, wie sie von einer positiven Reputation am Schweizer Aktienmarkt profitieren können. Relativ einfach, weil ihr investiert dort in diesem Basket immer in die Top 20 Schweizer Aktien nach der Reputation. Das ist korrekt, ja. Es ist so ein langer Satz, das irgendwie zu definieren, aber ja, wir haben uns natürlich auch gefragt, wie können wir das irgendwie ausnutzen, weil die Reputation wirkt positiv, wir wissen das, wir haben die Fakten, wir haben auch die Daten, weil Comslab, eine Beratungsbutik in Basel, gibt uns diese Daten, die haben 15 Jahre Erfahrung in der Reputationsberechnung und quantifizieren das von den 100 größten Unternehmen in der Schweiz. Also sie haben wirklich die Reputationsdaten über die letzten 15 Jahre von diesen 100 Unternehmen, die sich natürlich auch laufend ändern. Da gibt es spezielle Richtlinien, die müssen eine bestimmte Größe haben, dass man das überhaupt quantifizieren kann. Und dann gibt es da einen ganz systematischen Approach, wie diese Reputation berechnet wird. Und das passiert auf täglicher Basis und am Monatsende wird dann der Index definiert und der besteht dann eben aus diesen 20 bestreputierten Aktien in der Schweiz zu diesem Zeitpunkt. Also das heißt einmal, also immer am Ende des Monats tauscht die Aktien aus, die, die neu in die Top 20 dazugekommen sind, werden hinzugekauft und die, die nicht mehr in den Top 20 sind, werden verkauft. Genau. Ich finde das einen ganz, ganz spannenden Ansatz, weil ich glaube, der Schweizer Aktienmarkt an sich hat schon ein, vor allem im Ausland, ein gutes Standing und ist von guter Reputation unter anderem geprägt. Und dort sich natürlich auf die Top 20 zu fokussieren, halte ich für sehr, sehr spannenden Ansatz und einen sehr guten. Wir können ja mal gemeinsam auf diese 20 Werte schauen, die aktuell in diesem Basket mit drin sind. Das ist so, dass wir einige bekannte Namen mit drin haben, wie Sika oder Straumann oder die VAT Group oder Zürich. Aber auch einige, die vielleicht nicht jeder Investor jetzt direkt auf dem Schirm hat. Und spannend ist, dass ihr nicht nur die 20 Werte habt, sondern die haben auch unterschiedliche Gewichtungen. Kannst du dazu was sagen? Ja, also die Aktien im Basket sind aufgrund ihrer Reputation gewichtet. Also die bestreputierte Aktie in der Schweiz hat dann zu diesem Zeitpunkt, wo sie auf der Nummer 1 steht, ein Gewicht von 9,52%. Also das wäre aktuell die... Huber und Zuna ist das aktuell, genau. Seit Ende Dezember jetzt auf Platz 1 der Charts im Reputationsbereich. Und ja, diese Gewichtung nimmt dann natürlich ab bis zum Platz 20, wo dann das Gewicht nur noch bei 0,5% liegt. Also wir haben eine große Spanne und dadurch möchten wir natürlich zusätzlichen Drive in dem Basket haben, weil wir sagen auch einfach alles gleich zu gewichten. Das macht ja wenig Sinn, wenn wir diese Rangierung auch wirklich machen können anhand der Daten. Absolut. Also es ist nicht nur, dass man in die Top 20 investiert, sondern man investiert tatsächlich auch über die Gewichte dann etwas übergewichtet in die wirklichen Top-Unternehmen der Schweiz nach Reputation. Genau, das ist das Ziel. Jetzt habe ich mir auch mal die Startselektion dieses Baskets angesehen und da waren auch ein paar bekannte Namen drin, die jetzt nicht mehr drin sind. Zum Beispiel Baby Biotech oder Logitech, was ja schon zeigt, dass das aktiv bewirtschaftet wird, jeden Monat. Und dass es schon auch zu, sage ich mal, größerem Wechsel kommt. Gut. Jetzt deine Erfahrung, wie viele Aktien tauscht ihr so pro Monat aus? Wie viel Bewegung ist da drin in dem Basket? Ja, also ich sage, auf den unteren Positionen gibt es natürlich ständig Wechsel, weil man ist recht, es gibt natürlich kleine Veränderungen, dann ist man in der Top 20 drin und dann fällt man wieder raus. Also ich sage, am unteren Ende finden viele Transaktionen statt. Also es gibt grundsätzlich auf jeder Position eine Transaktion pro Monat. Weil dann natürlich auch die Gewichtung anpasst. Genau, es ist allgemein viel Bewegung im Basket, weil die Gewichtung natürlich dauernd verändert wird. Aber es ist sehr, sehr agil. Positionen werden schnell gewechselt. Also und deshalb ist es natürlich auch, die Outperforming Power nach oben ist sehr groß, aber man partizipiert natürlich nach unten auch überdurchschnittlich stark. Ja, auch das können wir uns gemeinsam anschauen, weil ich habe mal die Performance des Baskets gegenüber dem SPI, dem breiten Schweizer Index, mir angesehen. Und im steigenden Markt haben wir wirklich eine sehr, sehr schöne Outperformance. Jetzt die letzten Monate, wo das Fahrwasser etwas schwieriger wurde, hat natürlich auch der Basket entsprechend verloren, aber steht jetzt wieder bei 100 und lossiert habt ihr ihn November 2020, wenn ich noch richtig im Kopf habe. Genau, Ende 2020 war das Going Live dieses Baskets und man sieht eigentlich der Grafik schön an. Die Outperformance ist überdurchschnittlich, die Underperformance auch, aber jetzt, wenn man es gerade die jüngste Entwicklung nimmt, seit unserem Very Low, so Mitte Oktober, hat sich das Zertifikat rasch erholt. Wir sind jetzt wieder beim Emissionspreis, das freut uns natürlich sehr und wenn man das wiederum vergleicht mit dem Markt, dann sieht man auch, dass die Erholung natürlich viel stärker und viel schneller passiert, wie jetzt an einem breiten Aktienmarktindex wie dem SPI. Ja, ich denke, das liegt natürlich auch an dem konzentrierten Portfolio, dass wirklich auf die 20 Top-Werte auf Basis der Reputation investiert wird und wenn man davon ausgeht, dass der Aktienmarkt sich insgesamt wieder erholen wird, weil ich denke, das ist die Grundvoraussetzung, dann ist es auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Idee oder sehr interessante Möglichkeit, hier sich auf die nur 20 Werte nach Reputation zu fokussieren, weil wir sehen, in einem steigenden Markt hat der Basket auf jeden Fall eine sehr signifikante Outperformance generiert. Ich danke dir, Eva. Ich danke. Ein wirklich sehr, sehr spannendes Thema, das man oftmals, glaube ich, in diesem täglichen Handeln und diesen vielen Informationen, die wir am Markt haben, irgendwo so ein bisschen vernachlässigt und oder ich sage mal so, wahrscheinlich intuitiv oder zumindest mal so ein bisschen im Hintergrund schon auf dem Schirm hat, weil natürlich Reputation wichtig ist und wenn jemand negativ in der Presse steht, investiert man wahrscheinlich weniger rein, aber sich mal wirklich auf die Top 20 Werte zu konzentrieren, das ist wirklich eine sehr, sehr spannende Idee. Danke. Ja, herzlichen Dank auch für die Einladung. Ich fand es sehr spannend. Ja, dann auch an euch, wenn ihr Fragen an Eva habt oder Fragen zu dem Portfolio, zu dem Anlageansatz, schreibt es gerne in die Kommentare oder kontaktiert uns auf anderem Wege. Wir sind immer wieder mit spannenden Anlagestrategien hier für euch da und ich werde auch diese Anlagestrategie verfolgen und Eva sicherlich nicht zum letzten Mal hier haben. Sehr gut, danke. Also bis dahin, danke und ciao. Bis dann! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020